Liebe Werbeleute der Firma Saturn, euch war klar, dass es nach eurer Weihnachten bei Saturn-Kampagne betroffene Predigten aus der weihnachtlichen Christen-Community hageln kann. Dass da mal wieder gemahnt wird, an Weihnachten gehe es doch um Liebe, Solidarität und so und nicht um das perfekte Elektronik-Bundle. Aber wisst ihr was? So eine Predigt wird jetzt hier gar nicht kommen, sondern ein Glückwunsch. Ihr habt da nämlich einen Nerv getroffen. Zum einen, weil viele von uns ja als Singles leben und wenn da was Schönes unterm Christbaum liegen soll, dann wird das nicht vom Taxifahrer oder der Gebäudereinigung in der Firma kommen. Dann muss man da schon selber ran. Macht ihr selbst das perfekte Geschenk, das passt insofern also recht gut. Und zum anderen, wenn wir nicht alleine leben, sondern mit anderen zusammen, dann ist es gerade das, was das Schenken so stressig macht. Wie das Geschenk finden, das dem anderen gefällt oder ihn zumindest nicht enttäuscht. Wie verbergen, dass mir gerade dieses Geschenk gar nicht gefällt und ich sehr enttäuscht bin. Deinachten kann ganz schön anstrengend sein. So anstrengend, dass man da wirklich von einem unkomplizierten Weihnachten träumen kann. Aber es kommt irgendwie noch schlimmer. Die ganze Sache hat nämlich eine religiöse Fortsetzung. Wenn sie den Messias erwarten, den, wie wir in der ersten Lesung der Heiligen Nacht hören, wunderbaren Ratgeber, starken Gott, Fürst des Friedens, und dann in den Stall von Bethlehem gucken, sagen sie dann nicht, oh ne, der ist aber klein. Und 30 Jahre später wird er jämmerlich am Galgen enden. Im Stall von Bethlehem liegt das falsche Geschenk. Da wird gar kein Weihnachtstraum wahr. Aber was passiert denn, wenn Weihnachtsträume in Erfüllung gehen? Dann begegnen wir halt unseren Wunschfantasien in echt. Das ist nicht schlecht, aber hinauswachsen über uns können wir so natürlich nicht. Und wie ist das mit einem Geschenk, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten so, das uns irritiert? Womöglich zeigt uns gerade so ein Geschenk nach der Irritation eine Seite an uns, die wir noch nicht kannten. Und das könnte ja auch schon so was wie ein Geschenk sein. Das würde aus meiner Sicht aber zweierlei voraussetzen. Wir müssen uns zunächst mal einlassen auf den Schenker oder die Schenkerin. Was hat derjenige oder diejenige in uns gesehen beim Schenken? Wie finden wir den, der da vom Schenker gesehen wurde? Anders? Neu? Interessant? Das wäre doch schon mal was. Und dann müssen wir uns halt auf dieses Geschenk auch noch einlassen. Auf das unerwartete Buch oder, was für mich anspruchsvoller wäre, auf den Lötkolben oder das Schraubenzieher-Set. Aber vielleicht machen wir mit solchen Geschenken wirklich Erfahrungen, die uns ein paar Millimeter hinauswachsen lassen über die eigenen Wunschfantasien. Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen und ehrlich gesagt auch mir ein paar Geschenke, die Weihnachtsträume erfüllen. Aber ich wünsche Ihnen auch mindestens eines von den anderen Geschenken. Eines, auf das Sie sich ein bisschen einlassen müssen. Eines, das Sie in Kontakt bringt. Nicht nur mit den eigenen Fantasien, sondern mit dem Schenker. Eines, das Sie ein wenig irritiert und ein wenig wachsen lässt. Aber eigentlich wünsche ich uns allen, dass wir das Geschenk im Stall von Bethlehem eben doch annehmen können. Wenn wir uns auf dieses Geschenk einlassen können und den Schenker, dann machen wir wirklich eine ganz andere Erfahrung. Eine, die uns tatsächlich wachsen lässt. Die der Erlösung. In diesem Sinn, frohe Weihnachten.